Liebe Freunde der freiwilligen Feuerwehr Mistlbach, viele von euch haben sich wahrscheinlich schon sehr auf das Oktoberfest von uns am kommenden Wochenende Samstag und Sonntag gefreut. Wir selbst haben uns auch schon sehr gefreut. Wir haben auch schon unsere Hausaufgaben gemacht, die man sieht. Die Vorbereitungsarbeiten sind gut vorangeschritten und ja, wir sind schon sehr, sehr weit. Dennoch, meine lieben Freunde, muss ich euch leider mitteilen, dass das Oktoberfest 2024 kommendes Wochenende nicht stattfinden wird. Man hört, sieht und liest es bereits in den Medien. Wir sind kommendes Wochenende mit einer Großwetterlage konfrontiert, mit großen Mengen an Regen, mit Sturmböen und dies wäre natürlich zu gefährlich, angesichts dieser Wetterlage ein Fest abzuhalten. Außerdem, das darf man nicht vergessen, wir sind eine Einsatzorganisation. Wir sind rund um die Uhr für euch einsatzbereit. Das heißt, wir werden auch kommendes Wochenende, solltet ihr Hilfe benötigen, zu jeder Tages- und Nachtzeit ausrücken, um euch zu helfen. Nichtsdestotrotz arbeiten wir aktuell an einem Plan B und es wird einen Plan B für das Oktoberfest 2024 geben. So viel darf ich euch schon versprechen. Danke!